JSOG will das schnell angehen. Sorgt dafür, dass ihr nicht blank ziehen müsst. Wir haben sechs Stunden bis Keegan zurückkommt. Moment. Kommt hier was komisch vor? Überwachung aktiv. Verrascht denn jetzt um die Nummer in der Zone sein? Na, jetzt hab ich wieder auf beiden was. Endlich. Oh, mein Schädel. War das schon alles, du Stück Scheiße? Wir sind schon eine Weile dran und er hat nichts verraten. Er wird nicht brechen. Nun, wenn etwas gut werden soll, tut man es selbst. Ah, du bist wach. Gut. Es ist schön, die ganze Familie zusammen zu haben, nicht wahr? Fehlt nur noch dein stiller Freund. Hm. Wo ist Keegan? Ich erzähl dir einen verdammten Dreck. Ach. Nun, mal sehen, ob ich deine Meinung ändern kann. Nein! Du Hurensohn, ich werde die Zeit... Lacht, Herr Junior. Du bist erst später dran. Logan, sieh mich an. Sieh mich ansorgen. Ganz recht. Sieh ihn dir an. Genau. Zeig ihm, wie viel Schmerz er dir bereitet. Ist schon lustig, euer alter Herrjungs? Für seinen eigenen Arsch lässt er seine Männer sterben. Verdammt, Rorg! Das ist zwischen dir und mir! Halt meine Jungs da raus! Sie reden mit einem Vorgesetzten, Lieutenant. Etwas Disziplin, bitte. Du warst niemals einer von uns. Du bist kein Ghost. Und das nur, weil ich besser als du bin. Ja! Ich war immer besser als du! Aber du... Du nennst dich Ghost? Ja! Du bist nichts. Du und deine Söhne hier seid tot. Dein Name stirbt mit dir. Er hat noch Leben in sich! Hattet er dich beigebracht, nicht mit Waffen auf Menschen zu zählen? Sie könnte losgehen! Da! Ganz recht! Ein bisschen weiter! Hier hin! Ramschuk! Dann Drog, hör auf! Ziel! Auf! Daddy! Logan! Logan! Puh! Du hast Feuer in dir, Kleiner! Das mag ich! Riskierst dein Leben für deinen Käpt'n! Du könntest noch was von ihm lernen, Alias! Er ist mein Sohn! Tja! Jetzt darf er dir beim Sterben zusehen! Nein! 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 Ich bring dich auf! Hörst du mich? Ich bring dich auf, du! Oh no! Ich bring dich auf! Du Arschloch! Ich bin stolz auf dich, Logan! Alles kommt wieder! In Ordnung! Oh, du hast recht, Alias! Ich bin kein Ghost! Ich bin der Mann, der sie jagt und sie auf die andere Seite schickt! Oh, shit! Der Boss will den jüngsten lebendig! Ich bring dich auf! Ja genau! Ich mach gar nichts! Das ist schon cool! Wir brauchen ne Rippe, aber es geht Wir müssen los Ne Scheißwaffe Wir sind unterwegs, komm so schnell wie möglich Okay, wir treffen uns in der Küche Wir müssen die Westseite des Gebäudes erreichen Das ist unsere beste Chance hier raus Auf geht's Pst, Lärm wird Ich hab so ein kleines Problem gerade mit meinem Headset Die linke Seite spaktiert, äh, rechte Seite spaktiert uns halt gerade Er ist auf dem Weg Das Funkgerät Wir verschaffen uns einen Vorsprung vor ihm Wir haben uns wohl gehört Sie schicken noch mehr Leute hierher Bewegen uns zur Küche Warum? Ich bin fast da, sucht euch ein gutes Versteck Eine Menge Tüten sind unterwegs zu euch Wie viele? Zu viele Elender Hund Komm schon, Merrick Scheiße Kegel Wir brauchen nen Versteck Scheiße, hilf ihm hoch Hier rein, schnell Logan, hier rein Runter, runter Mach den Funkleiser Sch, sch, sch Hey, el ruido venia de ahí Revisen las esquinas, no dejen nada a la suerte Rodrigo, mira ahí Ahora mismo Passt, Junge Ich werde mal hinter dir Die Synchronen an sich ganz cool Aber die Animationen sind einfach scheiße Passen überhaupt nicht zu synchron Leute Kann man aber rein Worte Irgendwann ピu Bringt sie zurück zu mir Aus dár der wendlich Die leistet einen großen Dienst für euer Land Vielen Dank. Jetzt weiß ich, wo du bist, Arschloch. Kommst du, Digga? Was ist denn da oben? Da oben ist nichts. Ich wollte eine Granate schmeißen, bis ich bemerkt habe, ich habe keine Granaten. Der hat uns in den Arsch gerettet hier, was? Der hat immer noch das Ghost-Ding an. Der Sniper scheint am besten ausgemacht zu sein. Der hat uns anscheinend gerade in den Arsch gerettet. Nurkеров Denk Kart, rein! ihrem´ld ist Canadaplatz. Ihr seid Raquel! Ihr geht! Abonniert! Ihr seid идет Kuntan mit Rettbett. Kontakt auf. 12 Uhr. Ich bin der Arsch, der die ganze Zeit beschossen wird. Egal von wo. Ich seh keinen. Das Autopisier. Ihr dürft auch ruhig weiterballern. Da hab ich kein Problem mit. Der macht nix. Ehe bist du hässlich. Alter. In dem Casino oder was? Dann werde ich noch einen Runden zocken hier, würde ich sagen. Zockt Inception. Ne, nicht mal ne scheiß Granate ey. Warte, wo ist Riley? Er ist ziemlich hektisch geworden. Danach hab ich ihn nicht mehr gesehen. Unser Hundi. Ja, aber bestimmt mit meinem Headset gerade nicht. Wie weit denn noch? Nicht mehr weit. Dich einfach links. Wir sind fast draußen. Zurück! Zurück! Oh oh. Au Ja, 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 ist cool Ne Wir haben Rielly erwischt Rielly Rielly, mein Hundi Ich kann dich nicht aufnehmen Weil das Spiel nicht konstipiert wurde, dass ich sofort sie aufnehmen würde Sorry, Rielly, aber das Spiel würde ich leiden lassen Bis wie auch er, der letzte Typ tot ist Weil das voll dumm ist, weil ich normalerweise hätte es einfach so retten können Ne, aber er muss es machen, sonst bringt das nichts Jetzt darf ich ihn tragen, oder was? Das ist doch zum Kotzen Oh ja, mein Digga Fuckst du Stirbt, ihr motherfucking motherfucker Wo ist Rielly, Rielly? Da ist Rielly Hey Rielly Ich rutsche mal so durch dich durch, ne? Mein Headset macht Macken, Mucken Geh, weiter Fresse Rielly Packst du Geh, weiter Glocke Ja, ja, ja Na, ja Mach ich doch kein Problem Einfach mal drauf jetzt Scheiße, man hat sich so die kaputt, oder was? Ach, Leute. Erst nehme ich die Äsat auf. Und dann nehme ich Riley. Ach, Leute. Ja, ihr könnt mal ballern. Wie wär's damit, ihr Lappen? Okay, Riley.